Wir spielen in Deadeye Canyon gegen Please Destroy a Seed Bronze Was? Was heißt das denn? Eine Samenbronze? Das heißt aber bestimmt irgendwas anderes A Seed Bronze? Vielleicht wenn man einen Bronzespieler gesehen hat oder was? Ach Scheiße Irgendwie läuft es gerade nicht so flüssig So ein bisschen ganz leicht tachlich Merkt man aber gleich War Risiko von mir Hätte der mich überspielt wäre wahrscheinlich ins Tor gegangen Mist Und ich dachte er fährt dauernd deswegen bin ich wieder langsamer geworden Ich wollte den Tor nicht klauen Ich wollte den Tor nicht klauen Shit Wäre jetzt meine Schuld gewesen Mist Guter Schuss Guter Schuss Ich dachte der kriegt den noch Oh oh Mist Gerade wenn das passiert mit dem Paketverlusten bin ich mir nie sicher Spiele ich jetzt noch richtig Ach Fack ja man Oder Spielen die anderen noch richtig Unnötig Unnötig Schön Ach Scheiße Das war Glück. Nein. Dreck. Schön. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Dachte schon, der wäre in den Augen. Deswegen hat er schön gesagt. Das war klar. Nein! Das war knapp. Aber drum geht's drin. Schön. Uiuiui, mal gucken, wie viele haben wir jetzt? An sieben. Uuuuh. Acht Stück. Also noch zwei und ich hab jetzt noch Zeit für eins. Drei Matches. Uuuuh, das wird knapp. Drei Matches. Mist. Ah, oh nicht, wie sie erwischt, aber wahrscheinlich hätten sie den eh abgewährt. Schön. Interessante... Nein! Wieso bin ich da jetzt vorbeigeflogen? Ich hab keine Ahnung. Hm, schade. Puh! Hat er wieder schön rausgespielt. Ich hab keine Ahnung. Na, klasse. Es kommt natürlich genau ein Meter neben mir runter. Schön. 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 Ah, schön. Okay, jetzt noch 26 Sekunden irgendwie durchhalten. Wicht er mit. Irgendwie wicht er mit. Nein, warum spielst du denn weiter, Dwayo? Ich bin gerade mega angespannt gewesen. Gut, einen Sieg brauchen wir noch. In der nächsten Folge, jetzt wäre der Spitz wieder gemäß. Bis denn.